Ja, gröss euch, ich bin die Binda Gundi, ich bin da schon zwölf Sommersennerin auf der Hameralm am Schwarzensee und wir bewirtschaften die Alm noch ganz traditionell mit Milch und Produkten von unserer eigenen Landwirtschaft und über den Sommer sind wir fix heroben und wir leben mit der Natur. Ich bin Albert Bender, ich bin landwirtschaftlicher Facharbeiter und in den 96 Jahren haben wir den Hof übernommen. Der Blick da runter zum See, da kann ich mich gut erholen und vor allem abends und in der Früh die Ruhe, das ist mein Kraftplatz. Meine Austrian Time ist einfach entschleunigen in der Ruhe auf der Alm und einmal kein Handy hören. Und einfach einmal das Wasserrauschen hören und die Tiere beobachten, das ist meine Entschleunigung. Und das ist meine Entschleunigung. Musik 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 Musik